Stillstandzeiten sind ineffizient und unproduktiv. Unerwartete Stillstandzeiten daher ein wahrer Albtraum für Unternehmen. Eine der Hauptursachen bleibt dabei meist unbeachtet. Mangelhaft ausgelegte oder fehlerhaft montierte Schraubverbindungen. Vibrationen, Überbelastung oder andere äußere Einflüsse verursachen dadurch schnell einen Funktionsverlust der Schraubverbindung. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, vertraut die Industrie im Allgemeinen auf zusätzliche Sicherungselemente, wie zum Beispiel Klebstoffe oder Sicherungsscheiben. Unterschätzt wird jedoch, dass dies eine Erhöhung von Montagezeit, Bauraum oder Gewicht bedingt, was letztlich in vermeidbaren Mehrkosten resultiert. Es gibt zwar weitere Möglichkeiten, eine Schraubverbindung zu verbessern, jedoch stößt eine größere Klemmlänge meist auf bauliche Grenzen und die Erhöhung der Spannung im Bolzen ist ohne technischen Mehraufwand nicht zu realisieren. Was wäre aber, wenn die Gewindegeometrie verändert wird? Genau mit diesem Thema hat sich Spiralock befasst und ein selbstsicherndes Innengewinde entwickelt. Hier verhindert eine 30 Grad Keilrampe Mikrobewegungen, welche durch Vibrationen und thermische Wechselwirkungen ausgelöst werden. Spiralock ist kompatibel mit Standardschrauben, wiederverwendbar und verteilt die Vorspannkraft gleichmäßiger. Zusätzliche Sicherungselemente werden nicht benötigt, Montagezeiten kürzer und Gewicht reduziert. Die Folge geringere Anwendungskosten. Spiralock bietet für Automobile, Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen, Öl- und Gasförderung, Luftfahrt und Raumfahrt intelligente Lösungen. Und das weltweit. Kontaktieren Sie Spiralock, um unerwartete Stillstandszeiten, aber auch Mehrkosten bei der Sicherung Ihrer Schraubverbindungen zu vermeiden.